Du als Fashion-Liebhaber musst dich doch irrsinnig gefreut haben, zu diesem Song zu tanzen. Ich bin tatsächlich sehr gefreut. Du weißt, ich bin ein kleines Fashion-Mäuschen. Ich werde kein Geheimnis daraus machen. Und ich defiziere in diesem, wie würdest du das bezeichnen? Das ist so richtig neon pink. Ja, wobei ich bin enttäuscht, weil du hast ja neulich auf Instagram angekündigt, dass du ab jetzt nur noch Weiß und Creme tragen wirst und man soll deine Entscheidung respektieren. Ich bin Influencer, ich lüge hauptberuflich von dem her. Das war eine meiner vielen Lügen. Vielen Dank.